Marek und Watzek, darf ich bitten, meine Herren? Untertitelung. BR 2018 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 Guten Abend. Ich muss Sie etwas fragen. Sie pfeifen doch ganz falsch. Also das ist doch nicht... So pfeift man doch. Wie machen Sie das? Ich mache das mit der Zunge. So pfeift. Also ich bin Ohrenzeuge. Er pfeift wirklich. Wenn Sie ihm nicht glauben sollten, Sie könnten nachher alle einmal hier vorbeigehen, aber nehmen Sie mich als Ohrenzeuge. Das ist ja wirklich... Geht das auch, dass Sie jetzt, sagen wir, mit mir zusammen pfeifen? Also wenn ich jetzt sage, ein einfaches Lied. Macht's wirklich, ja. Sie sind, äh... Was für ein Landsmann? Ich komme aus Ungarn. Ja. Aber bevor Sie jetzt noch das nächste pfeifen. Aber bevor Sie jetzt noch das nächste pfeifen, möchte ich noch sagen, ich habe inzwischen etwas erfahren. Sie sind ja Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. Ja. In Ungarn. Ja. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja. good night. good night. Musik 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 Musik